Willkommen zurück bei unseren geliebten wöchentlichen TFT-Missionen. Oder auch nicht, bereits in der zweiten Woche in Folge ist die Mission Buggy und nicht abschließbar. Das heißt, wir haben bisher 1200 XP-Erfahrungspunkte verloren. Dies entspricht 12 normalen oder gewerteten Spielen und zeitlich gesehen 3 Stunden XP-Grinden oder mindestens 6 Stunden normales TFT-Spielen. Bis zum nächsten Mal.